Willkommen zurück bei Final Fantasy X und jetzt sind wir an der Stelle, wo ich damals das erste Mal so langsam ins Grübeln kam. Und zwar wegen einer Besonderheit. Für mich damals, heute immer noch so ein bisschen. Es gab in den vorherigen Teilen 7, 8, 9, die ich gespielt hatte, 6 glaube ich auch schon und 5, weil ich glaube in allen anderen Final Fantasy Teilen gab es ja immer so eine Open World Oberwelt, wo man dann mit dem Luftschiff frei rumfliegen konnte und so weiter. Und halt außerhalb der Städte so noch die Gegenden erkunden konnte. Und hier dachte ich das erste Mal, kann es sein, dass es das gar nicht mehr gibt? Und so war es dann auch. Dieser Gedanke hielt noch viel länger an für mich und ich dachte mir immer wieder, nee, irgendwann kommt noch die Oberwelt. Es ist ja auch später so, dass man tatsächlich dann noch so ein Raumschiff, Luftschiff oder was das ist bekommt, wo man dann die eigenen Gegenden ansteuern kann. Allerdings bloß noch per Karte als Ziel wählen und nicht mehr selber. Manuell fliegen, aber irgendwann hatte ich mich dran gewöhnt. Aber das war für mich so ein kleiner Bruch, dass die halt nicht mehr diese, diese offene Oberwelt hatten, wo man selber rumfliegen konnte mit dem Raumschiff oder mit dem Luftschiff. Das ist ein Stadte von Lord Meehan. Echt centuries ago, er hat eine Legion genannt heute als die Crusaders gebaut. In nur ein paar kurze Jahre nach ihrem Fäumen, ihre Ranks grew throughout Spira. Die Maesters of Yevon feared an uprising and accused them of rebellion. So Lord Meehan walked along this very road to go face their charges and refute them. Er hat sich in gewöhnt, die Maesters' trust und seine Legion became an arm of the Yevon clergy. Es war dann, dass Yevon ihnen den Namen Crusaders gab, den sie schon seitdem gehalten haben. Und das Rest ist Geschichte. Ja, das war aber nett. Kleine Geschichtsstunde. Genau, und Kämpfe kommen wir natürlich auch wieder oben. Na dann zeig ich mal, was du kannst. Na, nicht so viel. Okay, jetzt mal Auren. Oh ja. Auren ist das Beste. Hm, ich hätte das schlecht gemacht. Jo, Level Up. Sphero hatten wir erst verteilt. Ja, können wir noch ein bisschen sammeln, bevor wir wieder auf Sphero-Brett gehen. Ist das Eis? So, dann. Er prügelt erst mal halt. Habe ich jetzt den da hinten? Ja. Den weg. Tidus kümmert sich um den. Und Wacker wird ausgetauscht gegen Lulu und die. Nach dem fiel mal ein bisschen Feuer unterm Hintern. Das müsste Eis sein, so wie das aussieht. Ja. Sehr gut. Im Vergleich zu Teil 9, anfangs doch schwer... Ja, sorry, andersrum. Do you know what those ruins are from? Some old city? Correct. A city most ancient. A terrible testament to Sin's power. I tremble every time I see them. Compared to Sin, humans are mere mud puppies. But I believe humans are the only ones capable of defeating Sin. A good reply. A good reply. I am relieved to hear you say that, m'lady Summler. Oh? Where are my manners? Where are my manners? I am matron, a scholar, at your service, m'lady. I am on a journey, studying the history of our world, Spira, seeking its stories and secrets. My travels have taken me to many places, and I am troubled by what I have seen. Fragile smile on people's faces, crumbling at the mere mention of Sin. They are counting on you, m'lady. Give them a reason to rejoice once more. I will. Aber es wird später noch richtig üble Kämpfe geben. Einen an denen ich damals fast verzweifelt bin. Aber ich kriege den nicht mehr ganz zusammen wie ich es immer zu dem zustande kam. Das war irgendwas ganz abgefahrenes, was man ja abliefern musste. so nimm dir mal das flugvieh vor ich finde so ein kampfsystem hervorragend finde ich super gefällt mir oder auch die anderen die teile davor halt dass immer dieser balken vorläuft irgendwann ist halt einer dran nach und nach oh chocobos we will be careful good we should get back to our rounds farewell our prayers are with you a large fiend hmm let's go get him why it's the right thing to do it's the right thing to do what they say now jet said that a lot too and every time he said it meant trouble for broska and me ganz wieder papa oh fuck ist das das viel so wacker pennt scheiße hau ich erstmal den kleinen weg kann uns nur einer angreifen oh fuck juna ist tot shit okay wacker lebt wacker lebt nicht mehr so okay so 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 oh fuck so 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 Seine Ekstase-Leiste ist gleich voll. Boah, das ist mies ey, pass auf, ich nehme jetzt noch eine High Potion, kranke Scheiße, der haut aber rein, meine Güte, weich doch einmal aus, ich hoffe ich muss jetzt nicht wieder irgendwas drücken, Gott sei Dank, okay, das ist okay, was, 326 bloß? Okay, ich muss jetzt nochmal verteilen und dann müssen wir hier abhauen, das packe ich noch nicht, keine Chance. Oh Gott sei Dank, okay, das ist echt übel. Boah, war bestimmt das Monster. Ah, ein Summoner Party. Uh, du auch bist ein Summoner? Mein Name ist Belgamene, du bist? Mein Name ist Yuna. Ah, die High Summoner, ich habe viel von dir gehört. Aber du bist noch frisch auf der Straße, nicht? Ja, ich bin. Ich habe ein paar Dinge, was ich dir tun. Hm? Lass uns sehen, welche sind stärker. Meine Aeons oder deine? Ein ein-on-one-mach. Nicht bis zum Tod, natürlich. Was sagst du? Hm, ich mache mein Bestes. Gut. Bevor wir beginnen. Deine Aeons haben gescheitert. Du kannst mit deiner voller Kraft kämpfen. Komm. Okay, die meinte, sie hält sich zurück. Bin ich auch mal gespannt. Was packt sie denn aus? Die flippen. Ich kann Ifrit gar nicht holen. Müsst du doch Wasser gut ziehen bei Ifrit, oder? Die Statuswerte einer Bestie erhöhen sich, wenn das Medium stärker wird ist. Derselbe Ifrit kann also unterschiedliche Statuswerte aufweisen, abhängig von den Fähigkeiten des jeweiligen Mediums. Dieser Ifrit verfügt über viel HP und hohe Angriffskraft. Nur durch geschickter Einsatz der Befehle sanfte Tour und harte Tour ist es möglich zu gewinnen. Aha. Durch die sanfte Tour? Füllt sich die Ekstaseleiste nicht mehr. Dafür erleidet die Bestie weniger Schaden. Durch die harte Tour muss die Bestie ja mehr einstecken. Doch dafür füllt sich die Ekstaseleiste schneller. Wenn der Gegner zu einer kraftvollen Attacke ansetzt, sollte die sanfte Tour gewählt werden. Dieser Ifrit wiederholt seine Attacken in der Reihenfolge Angriff Meteorit. Demnach wird er nun mit Meteorit angreifen. Die sanfte Tour sollte jetzt gewählt werden. Wo mache ich das? Ach hier. Was kann ich denn noch machen? Nein geht bub, mach nur jetzt nochmal. Ok. 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 Das war's für heute. Wir müssen jetzt wieder mit Meteorit kommen. Das wird knapp. Ich bin dumm. Oh super, daneben. Lieber Eis benutzen? Laserstrahl. Na dann, hau mal rein. Bitte töte ihn. Oh, der war gut. Oh fuck, das war's. Scheiße. Ey, keine Chance, oder wie gesagt, wie hat er denn? Krass. Krass, okay. Reisering erhalten. Reisering erhalten. Okay. Verdammt. Ach ja, genau, wir haben einen Reisering erhalten. Was macht denn ein... Abwehr plus 3, HP 10%. So, mach ich mal das. Ein normaler Kampf vielleicht noch? Ja. Bitte nicht dieses große Monster. Erstmal. Vielleicht hätte ich das große Monster ja auch einfach so blind machen können. So, wer haben wir denn Juna? Die kann auch mal auf irgendwas draufhauen. Ability Heap kann die. Probier's mal damit. Weiß jetzt nicht, was der macht. Macker keine Ekstase brauchen wir, glaube ich, jetzt erstmal nicht. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Shit. Wollte doch mal Juna irgendwas machen lassen, damit die wieder Erfahrungspunkte bekommt. Und Kimari kann auch mal wieder rein. Oh, gut. Na, hat sich doch gelohnt. Ah, ich kann sogar langsam laufen. Ich kann grad gern sehen. Hallo. Gibt's was Neues? Oh, danke. Und ne Kiste. Oh. Ah, ne Kiste. Ne Mimik. Daneben. Ist ein Hinterhalt, ne? Kimari pennt. Ja, komm. Kann jeder mal angreifen. Schnee, der hat nicht gepennt. Der könnte, glaube ich, keine Zauber sprechen können. Ach, Auron. Wie schön langsam heute. Feuer ist doch immer gut bei Fell, oder? Feuer ist doch immer gut bei Fell, oder? Jawohl. Jawohl. So, dann holen wir den wieder rein. Dann kann er auch nochmal zuschlagen. Und dann haben sie alle mal ein paar EP bekommen. Das ist echt gut, dass das so schnell geht, ne? Mit dem Wechseln. Alle 80. Oh, super. Nice. Ja, das war gut. So. Jetzt aber erstmal Kiste. Ein Allheilmittel. Sehr gut. Ja, das war gut. Meine Lady Summoner. Du bist ein Summoner? Ja. Mein Name ist Yuna. Ich bin Callie. Nice to meet you, Callie. Lady Yuna, are you going to bring us the call? Ja. Very soon. Yay. We are looking forward to another call, my lady Summoner. I'll do my best. And good luck to your guardians as well. Macht's gut, ihr beiden. What's the calm? The calm is a time of peace. It comes after a Summoner defeats Sin, and lasts until Sin reappears. Uh, huh? Sin dies and is reborn. I get it. I thought it was weird. Yuna's dad defeated Sin 10 years ago, right? But Sin's still here. Didn't make much sense till now. Wait. If it just comes back... Don't say it isn't worth it. Because it is. Even for a little while. People can sleep in their beds without being afraid. That kind of time is worth anything. Don't say it isn't worth it. Your words that day, Yuna, I remember them well. So, wunderbar. Hier geht's beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schönen Tag noch und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bye.